But I, I don't care, cause I know, it's so rare Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Red Dead Red Dead End Ich bin hier bei der letzten Fahrer um die Schulden von Lili noch einholen müssen good and show me my you okay boy Danke. Goddamn performance with you now. I told you I'd get you the money next week, and I'll get it Where's our money? What? That loan you took it's payday. I'm sorry. I don't have it right now Well, yeah, I guess we got a big problem, don't we? Cooper give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lessening damn That's good enough Hey Hey Oh, I really thought that they were going to kill me. I'm going to kill you. You can take it off that dead. Son of a bitch. Hey, you know what I'd do to thieves? Law here about history. Alright boy. I didn't steal that. It's a debt. Yeah, oops. Oops, no. That's what I didn't want. Fuck. Where is our camp? Fuck. That's what I didn't want. I don't want to kill you. No. Yeah. Yeah. It can do this. Yeah. Yeah, friends. If you have one of the players, I think my friend is the guy, then. If you have two of the players, then my friend is the guy, then my friend is the guy, then. lasst mir auch ein abo da falls ihr neun auf diesem kanal seien bei dem feld ist das von unserem lagen die 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 Oh, du... 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 Ja! Easy, wow! Das ist... das ist hier, oder? Ja! Ja! Halleluja! Perfekt, Freunde! Vorne müsste es irgendwo sein, ne? Ja, gut! Oh, poor thing, poor thing... Come here, come here! Okay! Come on! Hey! Need a hand with your horse? Sounds good! Oh, shit! Okay. Okay. Okay, that's kinda loosey good, ne? Okay, boy. So up now! Come on! Come on! Ruhig! Was fliegt? Ich will es doch nur beruhigen! You're okay! You're okay! You're okay! Okay! Okay, I'll walk there! Easy! Ähm... Junge! Wo bist du? Ich bin mit dem Pferdhelfer und jetzt ist er neben mir! Hier! Wo war das? Oh! Okay, guck... Oh my god! You're okay! Hell... HAH! Der scheiß mir ist nicht gleich hier. Ja, lol. Komm. Sonst flit er noch. Was ist mit dir? Ja, ich bin gut, Mädchen. Loll, ich kann sein, was? Ich habe mich zum Pferd aufgebommen und akrabiert. Beim Pfeifen und deine Befehle hören. Ach, was? Ja, Moment. Kann ich... Kann ich nicht zetteltauschen oder... Okay, das ist ja krass. Geil. Gut, das hätte... Okay, wo... Gut, das ist ja krass. Okay. Gut, das ist ja... Los geht's dann. Das ist ja krass. Du hast einen neuen Barsch. Bist du deinen Sattel an. Lass uns gehen. Ja. Okay. Aber ich mag diesen Barsch. Es ist nichts falsch mit zwei Barsch. Und die Rebels haben immer die besten. Ich denke, du bist richtig. Ich lass mich das weg. Was? Das wird Spaß, Arthur. Du möchtest mich nicht? Nein, er ist ein Engel. Wenn ich ihn nahe bin. Gute, ein bisschen in den Augen. Geh auf dein Pferd. Das ist jetzt meins? Alles, ich finde die riesen Pferd. Oh, Mann. Ich werde mein Bestes machen. Wir gehen jetzt. Ich werde ein paar Tage weg. They got a good range of horse-tact at the Valentine Stables. Some beautiful Saddles. Ich bin jetzt in deinem Hauptfeld. Ich bin jetzt schön in der Karst, Arthur. Ja, was hat denn da ist? Ja, was hat denn da ist? Wir wurden außerhalb der Saloon in Deer Creek. Ah, ich erinnere mich jetzt mich sehr überraschen. Das hat so lange Zeit geworden. Ja. Ja. Ich erinnere mich? Mac ging verrückt, schrecklich zu töten die ganze Stadt. Und Davey war so kalt, dass wir ihn dort verlassen haben. Er kam zurück den nächsten Tag, und er wuchs und angefangen hat wieder zu trinken. Ich vermisse die Jungs. Jenny, auch. Sie hatte ein bisschen Spock, die Frau. Das muss man ziemlich schwer auf Lenny sein. Man kann sich sagen, er war süß auf sie. Also, Lenny und Jenny können sie nie funktionieren. Das ist wie Arthur und Mark Phil. Ja, vielleicht bist du richtig. Wir fühlen uns ein bisschen wie unser Glück mit ihnen sterben, auch. Nassimus. Wir sind alles gut. Wir brauchen nur ein paar Geld, um zurück zu uns zu kommen. Ich hoffe, so. Hast du eine Art Weg zu verleiten, die Cornwall Bonds? Noch nicht. Sie sind noch sehr heiß. Ich habe ein paar Lieds, um zu schauen. Ich lasse das große Lieds, um dich besser zu machen, Arthur. Er ist okay. Hier, Junge. Morgen. Geh aus der ganzen Weg. Ja, gut, Junge. Oh, ich weiß. Stables sind gerade vorhin. Mein eigener Schimmer steht zur Abfuhrung in den schönen Bereich. Nein, ich will das! Ich muss da nichts verkaufen, oder nein? Ja, du bist in den richtigen Ort. Ich habe ein paar Schönheiten in den Moment. Ja. Ja, und was ist dieser hier? Ja, du willst zu verkaufen? Ich zeige dir. Du hast Pappers? Nein, keine Pappers. Ja, natürlich, das wird das, was ich bezahlen kann. Aber, du hast dich in. Ich habe einen Mann, der hat einen guten Job zu suchen, wie dieser hier ein paar Zeit. Ja, du hast einen guten Preis. Insofern kann ich sie immer hier für dich stabilen. Hier, schau mal. Ich muss wirklich... Wenn du dein Pferd in den Stahl unterstellst, wartest du dort auf dich, und du kannst es später wieder abholen. Verkauf so ein Pferd bekommst du auf ihren Verkaufspreis. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Ich weiß nicht. Geschwindigkeit, Beschleunigung... Schwerfällig, ja, das ist schon so. Das ist schon schwerfällig von der Geschwindigkeit. Ach... Was ist das? Ausrüstung? Ich kann satteln und alles auch... Ich kann satteln und alles auch... Ich kann satteln und alles auch... ... ... ... ... ... ... Sattel, da kannst du ja all. Steigbügel. Hörnir, das hörnir. Sattel, da kannst du ja all. 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 Na gut, ich weiß, dass er dich nach dir kommt, einfach gut. Sieht so wie ein tolles Tier, du hast da. Du bist glücklich? Ja, wir sehen uns. Alter, es sieht so geil aus, dieses Pferd. Komm, kurz mal strecken. Ja, jetzt. Alter. Kurz füttern. Ihr seid ja, ihr seid ja. Ihr seid ja, ihr seid ja. Das ist ja, das ist ja. Okay. Es ist nicht über die Zeit, dass du es jetzt verlassen hast? Es war ein Jahr, Hosea. Er hat uns verletzt für einen verdammten Jahr verletzt. Ich habe ihn mit ihm viele Mal gesprochen. Er weiß, er hat es falsch gemacht. Er hat es nur versucht, ihn hinter ihm zu stellen. Ich bin sicher, er macht es. Er ist eine Sache. Aber es ist ein Kold. Er weiß das. Er ist nicht Trelawney. Er ist nicht so schnell, dass du das Leben aufgeholt hast. Ich weiß. Aber es ist fertig. Es ist ein Zeitpunkt. Er ist nicht so schnell, dass du das Leben zurückkommst. Er ist nicht so schnell, dass du das Leben zurückkommst. Und du bist das. Vielleicht. Aber bitte, du hast das nicht aufhören. Sieht so geil aus, ich glaube es nicht, boah, sieht so geil aus. Wow, das ist so geil aus. We made it, let's loop around the other side. Okay, dann start sink in the side foot ramp. Easy girl, you're okay. Come on, Gia! I should really be heading back over the Great Plains to see about Sean. It's bounty hunters who've got them? So Trelawney says, Javier and Charles have gone with them to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near... I don't think I'm going to kill you. I'm going to kill you. You're Blackwater. Right, but if he's alive we have to try. Of course. Look there, rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure, we'll try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a .22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun if I remember right. Alright. Good, then hold my house. Was ist das? ja ja der steckert gut direkt hier ne halt Etelhäuser, okay. Ah! Bitte ein Ort zum Erholen der Wildnis. Ah krass, das gehört. Craftingmenü, was? Ich glaube nichts mehr zum Kochen. Ah! Ah! All right. Well... We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. He better be worth all this drama. Ah, guten Morgen! Ah, guten Morgen! Morgen, Arthur! You ready? No, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So... What's your plan? Well, we'll see if we can track them, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bare meat. Just mix it together, it's not too hard. Okay, we can set up here. Ah, nice. There's a big deal. Let's go. Let's go. Okay, nice. But guys, I would say what I want to say for this episode of Red Dead Redemption 2. If you have a thumbs up, leave a like button. And then we'll see you in the next episode. We'll see you on the map. From Burger. Moin. Yeah, I would say, until then, haut rein! And... Well... Go. 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 Go.